Was geht Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Diesmal auf Nachfrage aus der Community. Erkläre ich einfach mal ganz kurz, was der Unterschied ist zwischen Bond-Battle-Kizuna, was wir jetzt haben mit einem Superboss und einem ganz normalen Kizuna, was sonst immer jeden Monat stattfindet und was ihr hier beachten müsst. Ihr wisst ja, bei einem normalen Kizuna habt ihr erstmal hier so eine Quest. Ich bin hier extra in meinen JP-Account gegangen, weil da gerade ein Bond-Battle-Kizuna läuft, deswegen passt das ganz gut. Deswegen kann ich euch das auf einem normalen Global-Account aktuell noch nicht zeigen, aber so weiß man es halt in vornherein. Und ja, ihr seht hier ganz normal vorne diese 2-Sterne-Quest. Das ist die Quest, wo ihr mit eurer ganz normalen Stamina, die sich täglich wieder auffüllt, diese Kizuna-Tokens bekommt, mit denen ihr überhaupt die normalen Kizuna-Stages spielen könnt. Das bedeutet, ihr würdet hier reingehen in diese Quest und könntet die dann spielen und danach könntet ihr die jeden Tag mit Autoplay einfach clearen und kriegt dann die Tokens, mit denen ihr die normalen 3 Stages spielen könnt. Das bedeutet, diese Stage, diese Stage und diese Stage, das sind die normalen Kizuna-Stages in den verschiedenen Schwierigkeiten, so wie es beim normalen Kizuna auch ist. So, jetzt ist es wichtig, Sabo Ace ist in diesem Kizuna bei uns der einzige Ticket-Booster und auch der Super-Boss-Token-Booster. Was bedeutet das? Im Endeffekt bedeutet das, wenn ihr Sabo Ace im Team habt und ihr diese normale Stage spielt, ihr solltet am besten die 10-Sterne-Stage spielen, weil die halt einfach am meisten Tickets und am meisten Tokens bringt, wird Sabo Ace da diese Tickets und diese Tokens vermultiplizieren. Ich weiß jetzt nicht ganz auswendig mit wie viel, aber wahrscheinlich irgendwie so 1,9 oder sowas. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und dann ist es im Endeffekt mit eurem normalen Kizuna, ihr besiegt hier jetzt zum Beispiel diese Big Mom in Int mit eurem Psy-Team und danach ist der nächste Boss meinetwegen Strength. Und dann nehmt ihr euer Quick Team und besiegt sie wieder. Jedes Mal, wenn ihr diese normale Stage besiegt, verbraucht ihr eure normalen Kizuna-Tokens. Das sind die ganz stinknormalen Tokens, die ihr hier links auf dieser Stage farmt. So, und als Belohnung für das Clearing von dieser Stage hier, bekommt ihr Tickets, die ihr natürlich wie immer hier oben im, ich zeige euch das kurz, Kizuna-Shop eintauschen könnt, für eure ganz normalen Rewards, die hier drin sind. Wie gesagt, auf Japanisch ist alles ein bisschen schwierig, aber hier sind halt wieder so Skulls drin, hier sind Pirate Rumble Flags drin und alles mögliche andere Zeugs, Cotton Candy. Das sind die Tickets, die ihr bekommt und zusätzlich dazu bekommt ihr, weil es halt dieses Pirate Aliens Kizuna ist und kein normales Kizuna, Super Boss Tokens. Und das ist jetzt das, was im Endeffekt neu ist für euch, wenn meine App jetzt mal zurückladen würde. Das wäre fantastisch, weil das Internet schon wieder nicht mitspielt. So, genau, jetzt kriegt man hier diese wunderbare Animation jedes Mal, was Gott sei Dank auf meinem Global Account nicht so ist. Das ist nämlich richtig nervig, jedes Mal, wenn man hier die Fenster wechselt, wird das alles wieder neu angezeigt. Genau, dann bekommt ihr die Tickets im Endeffekt und dann bekommt ihr die Super Boss Tokens. Und mit den Tickets könnt ihr, wie ich gerade gesagt habe, im Shop ganz normal eure Sachen eintauschen. Und mit den Super Boss Tokens könnt ihr dann die Super Boss Stage freischalten. Das ist diese hier. Und das ist im Endeffekt das, was neu ist. Ihr seht hier schon den Unterschied von den HP. Der Boss auf dem ersten Level, der Super Boss, hat schon eine Milliarde HP. Und die normalen Bosse haben halt logischerweise viel, viel weniger. Die normalen Bosse haben das ganz normale HP Scaling, wie bei so Kizunas es halt üblich ist. Ich kann euch das natürlich jetzt nicht auswendig sagen, wie viel das genau ist. Aber da könnt ihr halt eure Teams ein bisschen anders bauen. Deswegen braucht ihr für dieses Kizuna im Endeffekt auch Minimum 6 Teams, würde ich mal sagen. Klar, es gibt jetzt hier noch Teams, die einen höheren Anspruch haben. Also Pirate Allianzen, die einen höheren Anspruch haben und irgendwie unter die Top 10 Teams kommen. Die haben da wahrscheinlich 9 verschiedene Teams mit HP Cuts und mit allem drum und dran. Aber wenn ihr einfach mit eurer Allianz ein bisschen helfen wollt und ein bisschen Kizuna spielen wollt, ist es für euch einfach wichtig. Ihr braucht 3 Teams für die normalen Stages, weil es 3 verschiedene Farben gibt. Und ihr braucht 3 Teams für die Super Boss Stage, weil es auch da 3 verschiedene Farben gibt. Und lasst euch hier keine Angst machen. Der Boss hat eine Milliarde HP, aber der Sinn von diesem Super Boss ist, dass ihr den mit eurer Allianz zusammen angreift. Und ihr seht das hier, rechts unten steht 30 Super Boss Tokens. Das bedeutet, wenn ihr einmal gegen diesen Boss spielen möchtet, müsst ihr dafür 30 Super Boss Tokens einsetzen. Und eure Aufgabe ist einfach nur, diesem Boss so viel Schaden wie möglich zu machen. Im Gegensatz zu den normalen Bossen hat der Super Boss ganz, ganz wenige Mechaniken, die ihr beachten könnt. Und ihr seid auch nicht darauf angewiesen, unbedingt jetzt wie bei uns Sabo Ace zu spielen, weil es als Belohnung für diesen Super Boss keine Multiplikation in diesen Tickets mehr bekommt. Ihr kriegt beim Super Boss jedes Level, wo ihr ihn cleart, 100 Tickets. Und zwar die gesamte Allianz. Das bedeutet, jeder in eurer Allianz, ihr spielt das als Team zusammen, bekommt 100 Tickets, sobald der Super Boss das erste Mal besiegt ist. Der Super Boss kommt dann wieder auf Level 2 und hat dann mehr HP. Und das geht auch immer so weiter. Das heißt, das ist gar nicht so kompliziert. Ihr müsst natürlich da auch beachten, deswegen habe ich ja auch gesagt, ihr braucht 6 Teams. Der Super Boss hat auch nicht nur eine Farbe. Der ist hier jetzt zum Beispiel Int. Das nächste Mal ist er wahrscheinlich dann irgendwie Strength und dann das nächste Mal Quick. Und dann geht es wieder von vorne los. Und die HP steigen die ganze Zeit. Das heißt, ihr solltet euch in eurer Pirate Allianz absprechen. Wer macht als erstes einen Try gegen den Super Boss, wer geht als nächstes rein. Einfach damit ihr nicht gleichzeitig den Boss angeht, damit ihr da kein Damage verschwendet. Und es könnte ja auch mal sein, sagen wir mal, ihr habt in eurer Pirate Allianz, werden nicht alle Leute die gleichen Units gezogen haben. Es werden Leute dabei sein, die sehr viele starke Units haben. Es werden Leute dabei sein, die haben vielleicht nur Free-to-Play-Teams, weil sie Pech gehabt haben beim Sogo. So ist das Spiel halt. Es ist ein Gacha. Und dann könnt ihr euch ja absprechen, sagen wir mal, der eine hat ein Team, das macht 800 Millionen und dann ist jemand dabei, der macht 300 Millionen. Ihr sammelt ja eure Super Boss Tokens von diesen Stages trotzdem nur für euch selber. So, ihr könnt die nicht gemeinsam in der Allianz verteilen und dann einfach den einen mit den besseren Units alle Tries machen lassen. Das funktioniert nicht. Ihr müsst eure eigenen Super Boss Tokens benutzen. Und das bedeutet im Endeffekt, jetzt bei diesem Beispiel, sagen wir, es fängt einer an mit seinen 800 Millionen, dann hat der Super Boss in diesem Fall ja nur noch 200 Millionen HP übrig. Dann würde es ja keinen Sinn machen, wenn derjenige nochmal reingeht, weil dieser Overkill Damage wird nicht auf die nächste Stufe angerechnet. Er würde einfach 600 Millionen zu viel machen. Da würde es dann Sinn machen, wenn ihr euch in eurer Allianz absprecht und ihr halt im Endeffekt einfach eurem Kumpel sagt, ey, du hör mal, du machst ja nur 300 Millionen, mach den mal fertig, den Boss. Beende den mal. Und dann kann auf Level 2 wieder jemand reingehen, der mehr Schaden macht. Und so solltet ihr euch bei der Allianz einfach absprechen, damit ihr da einfach eine Sicherheit habt und damit ihr halt da nicht Schaden verschwendet. Und denkt einfach dran, das ist ein Teamspiel, ihr spielt hier für alle zusammen. Klar, ihr sammelt hier ganz normal hier eure eigenen Tickets. Wenn ihr selber wieder vorhabt, mehr Assists zu machen und so weiter, dann kriegt ihr auch mehr Tickets und das ist dann halt für euch selber gut. Es gibt natürlich auch ein eigenes, persönliches Bounty Ranking nur für euch. Aber es gibt auch zwei Bounty Rankings, die nur für den Team zusammen halt gerechnet werden. Die kann ich jetzt leider nicht einsehen. Denn ihr seht hier rechts diese Schlösser davor, das ist hier einfach nur so ein Pull-Account auf JP und ein Account, den ich im Endeffekt benutze, um Sachen zu erklären. Und das kann ich jetzt leider nicht einsehen. Da könntet ihr normalerweise jetzt die Rangliste einsehen, wo ihr steht, was es für Rewards gibt und alles drum und dran. Kann ich jetzt leider nicht. Ich gucke jetzt mal, was das hier jetzt nochmal für ein Knopf ist. Ah, okay. Doch, die Rangliste kann man also einsehen. Das war also doch ein anderer Knopf. Ja, entschuldigt bitte, das ist wie gesagt auf Japanisch, ich kann nur mutmaßen, wo was ist. Aber hier zum Beispiel könnt ihr dann die verschiedenen Rankings jetzt glaube ich einsehen, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und hier links ist es ausgegraut für mich. Also ich habe jetzt keinen Plan, aber das ist auf jeden Fall so der Tab, wo man ein bisschen die Rankings sehen kann. Ah, und hier könnt ihr sehen, was es an Rewards gibt. Ihr könnt ja nämlich auch einsehen, was ihr alles bekommt. Das hier wird wahrscheinlich irgendwie das persönliche Ranking sein. Und da seht ihr halt, da kriegen die ersten halt 30 Gems und zwei Tickets. Und dann gibt es hier noch ein Ranking mit 30 Gems und Bounty und allem drum und dran. Und dann gibt es halt natürlich auch noch ein persönliches Ranking, wo es auch nochmal 30 Gems zu holen gibt für die höchsten Ränge. So. Ich weiß jetzt nicht, was zu was gehört. Wie gesagt, seht mir das nach. Ich kann kein Japanisch, aber für euch ist einfach wichtig, dass ihr wisst, dass ihr das hier im Team zusammenspielen müsst. Das ist kein Singleplayer. Dieses Allianz-System hat einfach den Sinn, nicht egoistisch zu sein, versuchen sich vernünftig abzusprechen. Und ja, selbst wenn ihr nur eine Allianz seid mit casual Leuten, die nicht so viel spielen, versucht einfach das Beste daraus zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen erklären. Im Endeffekt ist es das auch schon alles. Das sind halt die wichtigsten Sachen. Für euch ist es, wie gesagt, wichtig, kurz zusammengefasst. Ihr braucht drei Teams für die 10-Star-Difficulty. Ihr braucht drei verschiedene Teams für die 15-Star-Difficulty. Die 15-Star-Difficulty hat weniger Mechaniken. Das heißt, es erlaubt mehr High-Damage-Teams, die ihr einfach bauen könnt. Und ihr kriegt in der 10-Star-Difficulty Superboss-Tokens und Tickets, die von Sabo Ace multipliziert werden. Deswegen müsst ihr in den Teams am besten, wenn ihr Sabo Ace habt, ihn auch als Cap spielen und zweimal drin haben. Und bei der 15-Star-Difficulty ist das völlig irrelevant. Denn da bekommt die gesamte Pirate Alliance auf jedem Level 100 Tickets fest zugeschrieben. Und für jede Punkt-HP, die mit dem Superboss abzieht, steigt ihr im Pirate Alliance Ranking mit den anderen Pirate Allianzen. Trotzdem könnt ihr für euren Singleplayer-Part, wenn ihr selber jemand seid, der ein bisschen mehr spielen möchte, Assists clearen ohne Ende. Ihr könnt auch mehr Potions benutzen, um noch mehr Stamina zu bekommen und könnt somit auch noch mehr Tickets farmen für euch selber, wenn ihr das möchtet. Und so, das war es jetzt erstmal für die Erklärung zu dem Unterschied. Ich hoffe, das war gut verständlich. Ich habe jetzt auch nicht versucht, hier ein 40-Minuten-Video draus zu machen. Das bringt einfach nichts. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, ansonsten wünscht ihr euch noch einen sehr schönen Tag. Und dann später auch ein sehr schönes Wochenende. Und tschau tschau Leute, haut rein!